Hi Leute, ich habe mal wieder einen kleinen Mini-Vlog für euch. Wir waren am Stall und haben erstmal alle Sachen für Bella geholt, denn wir haben an dem Tag auch ein YouTube-Video gedreht, das werdet ihr dann demnächst sehen. Wir haben die Bella erstmal fertig gemacht und hier seht ihr sie einfach. Oh, die ist einfach so süß, die kleine Maus. Ja, genau, dann hat sie noch die selbstgebackenen Leckerlis gekriegt, die wir zusammen im Video gebacken haben. Denn Bella war so ein bisschen Kasper an dem Tag, die hat auch einfach mir so ein bisschen in die Wange gezwickt, aber es war überhaupt nicht schlimm. Und dann habe ich meine neue Schabracke ausgepackt, die habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen und schaut euch die einfach mal bitte an. Die ist einfach, die ist so schön, die ist schwarz und glitzert einfach richtig, richtig toll. Dann sind wir in die kleine Scheune gegangen und haben da ein bisschen Bodenarbeit gemacht. Das zeige ich euch jetzt aber nicht ganz so viel, denn wir haben euch ja den ganzen Tag für YouTube mitgenommen, also für ein langes YouTube-Video. Ja, genau, da seht ihr nur so ein paar kleine Ausschnitte und ja, genau, mehr haben wir an dem Tag auch nicht gemacht. Und das war's.